Wer solche Tore erzielt, der muss verdammt gut auf Schlittschuhen stehen. Mirko Höflin hat die bestmögliche Ausbildung in Deutschland durchlaufen, die bei den Jungadlern, dass er dabei einiges gelernt hat angesichts dieser Bilder, gibt es daran keinen Zweifel. Der Besuch in der ehemaligen Kabine ist auch ein Blick zurück. Mit den drei Meisterschaften, die ich hier gefeiert habe und die Entwicklung, die ich durchgemacht habe, auf jeden Fall komme ich immer gerne her. Jedes Mal den Pokal hochheben nach der Meisterschaft, das war das Beste. Aber auch jede Saison mit den Jungs, die man kennenlernt, ist alles super und das schweißt auch zusammen, vor allem weil wir hier wie eine Familie waren. Wir hatten ja eigentlich nichts, haben zusammen gewohnt, die Eltern waren weit weg und das war schon eine super Erfahrung mit den Lehrern. Die Zusammenarbeit, das war super, also ich weiß nicht, wie es woanders ist, aber hier war es schon wirklich super und uns wurde sich gut gekümmert und auch mal in den Arsch getreten, wenn es sein musste. Und wenn man von zu Hause weggeht und den Schritt wagt, dann sollte man schon alles in die Schale werfen. Aber mit dem zweiten Standbein Schule hat man auch kein so Risiko. Und von dem her, bei mir hat es jetzt zum Glück geklappt. Da bin ich auch stolz und froh darüber. Also ich bin damals hier gesessen. Sozusagen bin ich auf dem Platz groß geworden. War das immer das Ziel, quasi vom ersten Moment an, dass du gesagt hast, komm, ich will auch wirklich Profi werden oder entwickelt sich sowas erst im Laufe seiner Jugendzeit? Ja gut, also als kleiner Junge wünscht man sich das natürlich, wenn man auf die Spiele geht. Irgendwann will man halt eigentlich in seinem Heimatteam in der ersten Mannschaft spielen. Er hat es geschafft. Nach zwei Meisterschaften mit den Jungadlern ging der 21-Jährige für zwei Spielzeiten in die kanadische Juniorenliga. Sein erstes Spiel in der DEL bestritt er Ende September 2012. Mittlerweile ist Mirko Höflin ein fester Bestandteil der Mannschaft. Der Besuch in der Kabine, die er früher nur aus der Entfernung kannte, Alltagsroutine. Dass ich jetzt hier bin, ist super, das ist wie ein Kindheitstraum, der in Erfüllung geht. Ich habe auch ein Adler-Trikot von früher. Und ja, das war ein großer Wunsch, hier mal zu sein. Und als Junger wird man halt immer aufgezogen. Bei den ersten Spielen versuchen sie, dass du alleine aufs Eis gehst und so. Also kleine Späßchen, aber sonst wird man da freundlich aufgenommen. Ich meine, jeder hat mal jung angefangen hier und jeder weiß, wie die Situation ist. Also von den Jungadlern direkt hierher ist es auf jeden Fall ein Riesenschritt. Dadurch, dass ich noch in Kanada war, muss ich sagen, war es so ein bisschen ein Zwischenschritt, der mich da gut drauf vorbereitet hat. Und von dem her war es für mich persönlich jetzt vom Tempo her nicht so ein großer Unterschied. Der größte Unterschied ist einfach, dass die Leute mehr Erfahrung haben, länger dabei sind, eher noch mehr Tricks drauf haben und so dann halt die Vorteile erspielen. Ich war ja auch bei zwei NHL-Camps in Chicago nach meinem Draft. Und ich war sehr, sehr nah dran, habe mit den NHL-Stars trainiert. Und das ist auf jeden Fall ein Traum, an dem ich festhalte. Das ist der absolute Traum, schon seit Kindheit auf. Und solange die Möglichkeit besteht, werde ich daran festhalten. Talent genug für die NHL hat er. Das beweist nicht nur dieses Tor erzielt Mitte September bei den Kölner Haien.